Was wird das? Seid gespannt! Musik Ja, so sieht der eigene Biergarten aus. Ja, viel Spaß beim Nachbauen. Ihr braucht immer mal einen Blumenkasten, Blumenerde, ein, zwei Blumen oder zwei, drei Blumen und ein paar Bierflaschen und dann habt ihr euren eigenen Biergarten. Guten Durst wünsche ich euch und viel Spaß. Prost. Tschüss.